Ein ganz normaler Typ erfährt eines Tages von zwei hinterhältigen Plänen. Heute tun wir Gottes Arbeit. In nur wenigen Tagen werden wir einen Schlag gegen Amerika führen. Ich seh mir ein bisschen Oprah. Der Postle-Juze! Bleibt nur die Vernichtung des gesamten Landes. Ihr Leute habt ein echtes Problem. Und er beschließt alles zu tun, was nötig ist. Das war's, ihr Wichser! Um die bösen Jungs hinter Gitter zu bringen. Ich muss einen Postlieferwagen zerstören, der mit tödlichen Mikroben gefüllt ist, bevor eine Endzeit-Sekte oder eine Terroristenbande ihn bekommt und die ganze Welt vernichtet wird. Und wer's glaubt, wird seelisch. 100 Jungfrauen, sie hatte mir 100 versprochen. Vielleicht ist die genaue Zahl der Jungfrauen nicht ganz präzise. Sagt ihr, es gibt nicht mehr genug. Was? So viele Märtyrer und zu wenig Jungfrauen für alle. Das ist ein Witz sein. Das soll nicht tun. Ich weiß ja, wo wir hier sind. Mach die Affen bereit! Nein, nicht die Affen, bitte! Woher habt ihr so viele Affen? Ich hab keinen Schimmer. Ich hab nichts zu tun mit diesem Scheiß. Lass dich nicht verrückt machen. Sieh dir lieber Postle an. Soll ich dir vielleicht ein paar Kus mehr Salz runterschicken? Ich weiß nicht, was ich am liebsten mit dir machen würde. Warum jeder mal ein neues Buch, wie man jemanden feuert, ohne dass er Amok läuft, kaufe ich nicht. Are you ready for a brand new game? Das war es für heute. . Vielen Dank.